Hallo ihr Lieben, zur 24-Kurzgeschichten-Reihe Nummer 18, Der Stein. Der Stein. Hans Guck in die Luft stolpert über ihn. Der Architekt baut mit ihm. Der Gewalttätige nutzt ihn als Waffe. Ein Kind chippt ihn übers Wasser. Der Steinhauer formt die schönsten Skulpturen mit ihm. In all diesen Fällen unterschied sich nicht der Stein. Nein, es war der Mensch, der entschied, wie er den Stein nutzte. Jedes Problem oder Thema, das wie ein Stein auf deinem Lebensweg liegt, nutze, um zu lernen und zu wachsen. Wie er den Fällen hat, den Kursen zu nehmen. Wenn es den Kursen gibt, dann kann man ihn als Waffe machen.